jetzt wir können zu weitermachen auf dem marsch wir machen also ich mache es weiter mit mit gras einfahren zum heuchttrocknen das heißt der kurs ist noch gar nicht gespeichert und gleich umlegen normalerweise gleich wenden und entsprechend weiter arbeiten ja falsch verplatten dann gehen wir weiter was wir machen können verkaufen ist ja nichts ich muss mal schauen für holz da haben oder ach waren beim pflanzen gewesen na gut das scheint jetzt zu verbacken das ist ja nicht so ich muss die Erde ausholen so nochmal so nochmal so nochmal so 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 Die Wachstum Am die Wachstum Ich gucke Oh, noch gucken Ich gucke Ich gucke Ich gucke Ich gucke Ich gucke Ich gucke die Räte anschalten, dann wird es geklappt Oh, hat sich gefallen Ja, gut Wir müssen mal sehen, dass wir ein paar Paletten ran bekommen Und zwar nehmen wir den Outload unserem LKW und holen ein paar Ich glaube, ich habe nur die 200 Stück drauf oder die 20 Das ist ganz sinnvoll, wenn wir da noch ein paar holen Denn ist das alles so gewachsen ist so dauert ein paar Jahre Wo wir jetzt auch die Folgen ein bisschen mehr gemacht haben Verdoppelt haben Dauert trotzdem lange Ich möchte mal allen Dank fürs Reinschauen Hände dabei gefahren und 4 Abonnenten, die jetzt dazugekommen sind Ich hoffe, wenn wir jetzt zwei verlassen haben Wollen wir immer Keine Ahnung Das ist auch okay Kann ja jeder machen, wie er möchte Wäre aber hier gekauft Gut, dann müssen wir mal gucken Umstellen Und zwar Und zwar Grundeball nicht Holzpaletten Oh ne, ne? Hört los Eierkatons Dormund Palettes Die nimmt er Ja Muss ich mal ganz gucken Ganz kurz schauen Ob Ich wirklich alle diese Paletten nicht darauf habe Also es können sein 25 Habe ich den Mod nicht drauf? Bei Walen muss ja nicht sein Bei Walen muss ja nicht sein, ne? Oder bei Geräte Geräte Forst 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 Fürst 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 Und Fürst 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 Das Es � себе In Fürste Das Fürst Ich denke mal, wird schon klappen. So, da sind wir. Machen wir hier vorne ab. Ein paar Bäume füllen müssten wir auch noch. Ja, da stehen die Ball zu dicht und die anderen müssten in den Pass näher. Auf jeden Fall. Risiko. So, mal sehen. Ja, und dann gleich noch mal wenden. Im nächsten 20 Sekunden. Ja, Heu. Machen wir jetzt. Eine Wieses noch. Zu einzufahren. Dann haben wir schon mal Silage und Heu. Im Stroh sollten ja kein Problem sein. Weil das haben wir dann auch bald. Bei uns zur Ernte, ne? Wir haben jetzt früher Sommer. Ich denke mal, die Ernte wird bald kommen. Aber wann? Genau. Ich denke mal so, wenn das jetzt theoretisch gewesen wäre, dass wir jetzt im Herbst hätten aussehen können. Dann wäre das bald zu weit gewesen. Wäre es bald zu weit gewesen. Aber wir konnten jetzt im Frühjahr aufsehen, weil wir uns im Frühjahr starten konnten. Jetzt gehen wir mal auf die Hintere. Jetzt aktivieren wir mit B. Und den nächsten aktivieren mit O. Wir sind beide im Pflanzmodus. Jetzt fangen wir... Oh, ich schiebe gleich ab hier. Normalerweise ist das nicht. So, wie lange. Ja, schaut mal. Weg. Das ist Wahnsinn. Aufheben. Bau. Wir sind ein bisschen zu weit. Ich werde zu blind. Tja, das waren die ersten 40 Bäume. Nein. Da wo wir halt Geduld haben, bis das Dach zu weit wächst. Ah man, wir müssen ja anfangen mit pflanzen, sonst haben wir irgendwann keinen Wald mehr. Das ist ja sicherlich übertrieben, wenn ich sage, wir haben genug Geld. Wir müssen fällen. Aber ich möchte auch die langen Bäume haben, die richtig langen. Wir können ganz anders arbeiten, wenn wir mit einem Eintritt und einem Wald entsprechend die Bewegung und die Holzausbildung. Was ich machen möchte, ist zum Beispiel, da geht es noch nicht. Da muss ich eine Reihe hinfassen. Also Bäume in der Position herstellen, das möchte ich nicht. Ein bisschen, ja, realitätsfern, also ein bisschen soll es schon real sein. Ich meine, das ist so, dass wir da nicht so viel schaffen wie für eine Position. Aber ich denke mal, damit können wir leben. Die Paletten wollen wir an erster Linie nicht zum Verkaufen haben, sondern für die Produktion. Als nächstes plane ich die Produktion aufzunehmen für Bier. Deswegen haben wir alle Getreide eingepflanzt, also gepflanzt. Und, was ich machen wollte, ist, ne, wollte ich noch machen. Äh, die Produktion. Das wollte ich so anwürfen. Als nächstes. Ja, und das ist mein Ziel. Jetzt müssen wir die ganze Ernte einfahren. Erstmal ins Lager und dann mal sehen, ob wir irgendwo Geld verdienen können. Ja, also die Bäume zum Beispiel. Paletten werden eine Variante erstmal. Und die nächste wäre Pellets. Also im Prinzip auch Stroh in das Heizmaterial herstellen und dann entsprechend verkaufen. Wenn da eine Bierproduktion läuft, können wir Bier in die Abkälte gehen. Aber das läuft ja noch nicht. So. Sind die Bäume hier? Da sind sie. Da sind sie. Die wollen ja ungefähr in dieser Reihe haben. Wo sollen die 100% sein? Ja. Aber in etwa, ne. Na, gleich zu pflanzen. Ein noch, ein noch, ein noch. Gut. Jetzt schauen wir mal zurück. Wir haben noch 15. Insgesamt 30. Kommt mal zusammen, ne. Ja, ein weiteres Spiel nehmen als Playlist zu nehmen? Ich weiß nicht genau. Die Zeit. So. Ich möchte ja in erster Linie hier weiterkommen. Ich möchte ja noch erleben, dass unsere Kälter mal verkauft werden können. Zur, zur, zur Fleischportion. Und dazu müssen wir ja erstmal. Wir müssen ja, damit wir, diejenigen, Tiere haben. Das heißt, ja. Kühe kaufen. Schweine können wir schon mal anfangen. Das ist ja immer Fakt. Die Schweine sind ja schnell. Schweinerauben sind schneller wie Rinder. Die Leute sind schneller. Ungefähr im Dreivierteljahr sind die, äh, so weit. Ja, wo ist denn jetzt hier? Ja, rechts. Ja, und dann ist es noch her. Ich glaube, es ist immer oben quer, oder? Wer ist denn hier? Wer ist denn hier? Wer ist denn hier? Wer ist denn hier? Ich bin nicht enttäuscht. Aber ich werde mal genau sehen, die Breitungsabstand sein könnten. Also Knappe, das wären 5 Meter sein. Wenn das hier so stimmt, mit den Bäumen, das trifft fast zu. Mit den 5 Meter. Hier sind theoretisch alle 5 Meter ein Baum, wie optimal. Hier wieder kein Loh. Ich denke. Ja, ich habe ja neue Cosmos Version drauf. Ob das jemand Aulreis nicht beißt. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Oder ob es ein anderes Programm gibt, das zerstört. Um das rauszufinden, ist glaube ich gar nicht so einfach. Also nächstes Jahr, am 21. nachher, wenn es soweit sein sollte, dann mache ich es anders und kurz. Da werde ich mich auch immer erst nach und nach rauf bringen. Wenn es dann Probleme gibt, dann flieche ich da halt wieder runter. Weil zur Zeit ist es ja an sich fast unmöglich, fehlerhafte Mods, oder die Verbindungen sind, wo man sagen kann, ach, die beiden beißen sich, kaum rauszufinden. Also das ist sehr schwierig. Wenn man jetzt Mods rausschmeißen würde, die man als Fahrzeug schon hat, dann kann es nicht passieren, dass man die Fahrzeuge dann weg sind. Logischerweise. Und das ist dann ein bisschen schwierig. So, entscheiden. So, gehen wir eine Reihe hoch. Ja. Ich werde bald dazu schneller wachsen hier, das muss ich noch was pflanzen. Hauptsache, das ist nicht vertrocknet mir hier. Deshalb habe ich links weniger Bäume als rechts. Das verstehe ich jetzt nicht. Normalerweise beide zu gleich sein. Gut, Oder hat er nicht äh, da nicht gepflanzt, da man nicht gehört, das kann natürlich auch sein. Da hat er gerade nicht gehört hat er nicht gepflanzt. das kann natürlich sein der schlingel der so die reihe voll rechts die nächsten pflanzen im nächsten jahr so haben wir mal jedes jahr ungefähr 200 bäume ich glaube ich sammle 240 näher insgesamt und die anderen 20 dazunehmen oder die anderen 40 dadurch schon eine ganz gute leistung für ein jahr holz machen das geht schon fahren wir nicht mal Lkw rein das wäre es für heute gewesen dann sage ich mal tschüss um den Winkel noch einen schönen Sonntag schaut da noch eine feiner Folge rein die kommt dann in etwa in einer dreiviertel Stunde dann sage ich mal tschüss um den Winkel tschüss 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 tschüss